Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Letzt-Test von Blacklight Retribution, was wir vielleicht noch in die Letzt-Playliste aufnehmen wollen. Ich mache dazu jetzt erstmal ein kleines Letzt-Test. Ich habe da schon die Einleitung zugespielt, also ich kann das Spiel schon ein bisschen, äh, habe auch das Emblem geändert hier, das wird aber noch alles ein bisschen besser. Ähm, ja, dann schützen wir uns direkt mal in ein Game rein. Damp-da-da. So, ja. Gehen wir einfach mal rein. Na? So, ja. Toll. Dann. Da, da, da. Hm, hm, hm. Die sind alle voll, das war, ne, hier nicht. Gut. Doch, toll. Na komm, aha. So. Objektiv. Na toll. Ich habe hier also nur mal kurz reingeguckt. Noch nicht viel gemacht, nichts gekauft. Dann gucken wir mal. Tamp-da-da. Das ist jetzt auch meine erste Runde, also hoffen wir mal das Beste. Ich habe nur das Training gespielt, wie gesagt. Danke. Tamp-da. Ah ja, da ist ne Flagge. Da ist ein Gegner. Cooles Ding. Oh, er weg. Wo bin ich? Ach, da. Agent Level 1. Wow. Heilige Maria. Hilfe. Ach, da. Au. Wow, not bad. Na komm, ich will wieder drauf. Hat der mich da umgenockt. Übel. Toll. Und nun? Ah. Ja, wenn man das Spiel dann noch nicht so kann. Das C ist cool, damit kommen seine Teamkollegen. Äh, Sachenorten und Gegnerorten. Aber nur bestimmte Zeit. Bestimmt. Und dann muss man warten, bis es vollgeladen ist. Und dann. Oh, leck. Da ist einer. Da ist einer. Ach. Mein Gott. Ne, ne, ne. 245 Score. Toll. Hä? Alec. Wo sind sie jetzt? Also man muss damit sehr sparsam umgehen. Tum tada. Tum tada. Aber ich finde das Spiel kommt cool. Tum tada. Nein, das sind sie alle. Habe ich einen erwischt? Wahrscheinlich nicht. Ach, du Kacke. Das ist auch ein fieser Typ, ey. Da ist er. Erwische ich den von hier wahrscheinlich nicht. Ohne Sniper erwische ich den von hier nicht. Kacke. Muss ich es mit einer Granate versuchen nochmal. Ach, du Kacke. Na komm schon. Ach, Kacke. Der ist aber auch stark, der Lauf. Übel, das Ding. Na komm. Ah. Ich kann nirgendwo. Ach so, ich bin so doof. So. Wo ist er? Tum tada. Ach so, hier ist er, gell. Ich kann aber nicht gucken. Da ist er. Von hinten. Du Sau. Der checkt gar nicht, dass ich hier bin. Boah. Kaputt. Und das sind halt so Sachen, wo man Sachen kaufen kann. Neue Sachen und so. Ach so, ich habe keine Granate mehr. Ach schade. Ah ja. Ah ja. Oh, yeah. Toll. Naja. So, und jetzt? View Lobby, Customized Settings, ja, komm. Hm. Äh. Ach so, nee. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Hm, hm, hm. Ah, jetzt geht's weiter, okay. Auf geht's. Neue Runde, neues Glück. Dann kommen sie alle. Oh, Entschuldigung. Ja. Toll. Ja, Mann. Hab ich schon eine richtige Sau. Da sind sie alle. Mahlzeit. Nein. Boah. Das, der Sound ist auch so laut, ey. Muss ich mal leiser machen beim Let's Play nachher. Habe ich dafür jetzt was bekommen? Ja, ey. Heilek 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 Ähm Da hinten Ah Haha Ah, Hilfe Nein Boah Ich bin so schlecht im Moment in dem Spiel Hoffentlich will ich das nochmal besser im Let's Play Okay Ach ja Ach sicher 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 Ach komm was geht denn hier hinten ab Oh 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 Alter Alter Ja man Nein Was zur Hölle Nein Ach Kacke Hat er mich erwischt Hallo ich bin gerade jetzt gespawnt Nein Nein Mann Nee 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 Da hinten Da hinten Ach kacke komm Ah nicht erwischt schade Kam aber cool mit der Granate Oh 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 Ja Nein Ach kacke Ach Kacke Da da Boah, was zur Hölle? Nein, ich habe ihn noch gesehen. Shit. 4-9. Ach, komm, ich bin gerade erst gespawnt. Nein, nein, nein. Na toll. Ach, Mann. Hm. Oh, Mann. Na. 4-12. Oh, Mann, bin ich schlecht heute. Ah, naja. Na ja, na ja, na ja. Döhm, döhm, döhm. Ja. Cool, cool. Ja, dann gehe ich hier mal raus. Ja. Ja, das war jetzt das kleine Let's-Test von uns. Ich weiß, ich habe nicht so viel geredet und so. Einfach mal einen kleinen Einblick verschaffen. Hier kann man jetzt halt noch alles einstellen, wie man will. Ja, kann hier customisieren, kann man hier seinen ganzen, kann alles verändern halt. So, zack, zack, wie man das halt möchte. Aber, das werdet ihr ja wahrscheinlich im Let's-Play sehen. Das ist jetzt ein kleines Ehre, ein Let's-Play, schon fast gewesen, kein Let's-Test. Aber, na ja. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.